Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rocket League. Ich bin aber nicht allein, ihr werdet schon sehen, ich bin mit Timmy da, mit Timmy Neutron. Hallöchen alle zusammen. Der eine oder andere kennt aus, was haben wir denn zusammen gespielt? Ach Gott, Speedrunners am Teil? Speedrunner, Speedrunner. Oder ich glaube Curlfever gab es glaube auch mal. Und wir dachten uns jetzt, ja wir spielen einfach mal eine Runde Rocket League zusammen. Wenn alles geklappt hat, also es wird alles klappen, keine Sorge, ihr seht jetzt hier zwei Sichten. Hier ist schön Timmy und meine. Okay, werde ich mal immer so ein bisschen hin und her switchen oder einfach beide statisch lassen. Das sehen wir dann. Wir spielen, wer muss eigentlich suchen? Muss ich suchen? Muss du suchen? Äh ne, ich muss suchen. Also wenn du bereit wirst, dann suche ich auch. Bist du bereit? Soll ich den Knaller zünden? Ja, ich glaube wir können. Den Knaller? Ich glaube wir können. Alles klar. Bin ready. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir jetzt das Update hole. Weil ich habe vorhin eine Folge aufgenommen und dachte, komm jetzt huscht ihr danach das Update, aber hat noch Zeit. Ich fand das bisher noch nicht so sinnvoll, dieses Update. Ich auch nicht. Für 4 Euro, irgendwelche, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwelche neuen Fahrer. Guck mal, wir spielen gegen zwei Playstation Spiele. Oh geil. Da kennst du immer an dem Silent Logo. So mal gucken, wie es so läuft. Also ich habe teilweise, Haschen? Teilweise Tag, alles easy. Und teilweise, letzte Folge war es zum Beispiel voll geil, aber bin ich voll abgegangen. Aber man hat auch einen Chrissy direkt, wie er angeschränkt auf seinen Controller angewürgt. Ja, so muss es, so muss es. Ich soll vielleicht auch nicht so, ach du Scheiße. Oh, oh, sehr schönes Tor. Erstmal ein guter Schuss. Fand ich jetzt schon nice. Fand ich schon nice. Okay, die meisten von euch, die ja schon festgestellt haben, wir spielen gerade kein Rank, wir spielen gerade nur normale Spiele. Ganz normal, ja. Ganz normal, ja. Ganz normal, ja. Wie gesagt, ich spiele ja auch immer ab und zu mal Ranked, ab und zu keinen Ranked, aber... Deswegen ist das gerade wahrscheinlich noch keine Hochklassik-Partie? Nee. Oh Gott. Ja, alles safe? Ja, ja, alles safe. Der hätte es aber bestimmt gehalten. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich ein bisschen weit hinten war. So. Ja, ich bleib mal kurz. Oh. Ja, da komme ich ran, da komme ich ran. Kommst du, kommst du, kommst du? Oh, nee, nicht ganz. Shit. Au, au. Oh, war das dein Schuss oder war das wieder von denen? Ja, oh nee, war zu hoch. Okay, ich dachte gerade nicht, dass ich schon wieder in den Eigentor schiebe. Ja, ich muss gucken, was die machen. Oh Gott. Der Boost. Wo ist denn der Part davon? Oh, der ist vorbei. Sehr gut. Ja. Hauen wir zumindest mal vor. Was macht er? Jetzt aber in die Mitte damit. Ja, warte, die kommt, die kommt, die kommt. Zumindest so halb. Oh Gott. Oh, oh. Auf geht's, auf geht's. Oh, Rückwärtsgang. Shit. Ah, das wird ein schönes Highlight, wie der Ball durchfliegt. Da sehe ich mich noch schnell den Rückwärtsgang einladen. Wunderstand, schrungen. So, guck. Und der Rückwärtsgang. Zwischwil. Orientierungslos. Ja, so ziemlich. Ich bin auch immer, ich weiß nicht, es gibt Leute, die spielen entweder mit fester Ballkamera oder einfach ohne, aber ich switch da immer hinterher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ohne. Ich switch da eigentlich immer hinterher und dann wird das teilweise echt ein bisschen Gott. Also generell, generell immer ohne Ballkamera und dann immer nur, wenn du den Ball aus den Augen verlierst. Ja. Ich spiele wahrscheinlich sogar häufig mit Ballkamera, aber switch dann auch immer zu. Ah, was macht der? Oh. Ah, schade, dass der den jetzt noch weggehauen hat. Ja, schön. Oh, jetzt hat er mich weggefickt. Oh, ich bin gekackt. Der wäre schön gewesen. Oh, der fliegt ganz schön weit. Oh Gott. Warte, mich noch aus. Einmal verlässt man sich, Chrissy. Ja, so aber jetzt. Dann sowas. Ich bin aber, ich weiß nicht, ich habe auch versucht mit diesem Merc, heißt er glaube ich, lol, ach, das warst du. Ja, ja. Mit diesem Merc zu spielen, mit dem fetten, aber irgendwie, ist der fett ja nichts für mich. Scheiße, was ist das? Ja, ich weiß nicht, die Hitboxen, die Hitboxen der Autos sind ja schon minimal anders. Ja, aber es ist für mich mehr so, irgendwie stört mich das am Optischen und dann bin ich zu ja, genau, das ist, das ist halt optisch. Das ist eigentlich wie immer mit solchen schönen Flachen. Ja, 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 ja. Ach, oh, ich kann es ja nicht mehr tun. Ja, wir müssen noch eins machen, ne? Ja, ja. Dann haben wir noch zwei Minuten Zeit, dass ich Rocket League. Oh Gott. Achtung, der kommt zurück. Ah, schön. Oh. Gib Gas. Ja, äh, äh. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Alles gut, alles gut. Das war auch im Tiefste, wir waren gerade auch ein bisschen orientierend los vom Tor. Musst gleich zugucken, ich stehe so dahinter und denk so, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja. Ist so geil, Alter. Ja, der hat sich da halt verloren. Die hatten voll den Durchblick. So, ich bin nämlich einer. Ne, ich geh. Oh, gut, okay, okay, okay. So. Es ist immer geschickt, ja, wer das der macht, der näher dran ist, weißt du? Ja, ich war mir nicht sicher, wer näher dran ist, deswegen, ich vergesse immer zurückzugucken. Da musst du reinfliegen, wir machen. Ja gut, das müssen wir. Schön aus der Luft, ne, ich bin einfach ein bisschen safer. Bleib mal ein bisschen hin und guck mal, was sich darauf jetzt so entwickelt. Ja, hab ich. Ja, der wird wahrscheinlich zu langsam. Oh, never mind, never mind. So. Wollte schon wieder absnacken und haste nicht reingebracht, weil ich weiß, oh Gott. Oh. Für einen Schlag. Scheiße. Oh Gott, Achtung, Achtung. Oh. Alles gut, alles gut. So, also ich versuche mal noch eins zu machen, ansonsten ein bisschen deffen. Oh Gott. Oh, ich hätte es nicht sagen sollen, ich hätte es nicht sagen sollen. Alles gut, ganz ruhig, Chris. Ganz ruhig. Oh. Komm nicht an, Scheiße. Oh Mann, halt, 41 Sekunden noch. Egal, wir machen das. Muss mich zum Schluss spannend bleiben. Ja. Ja, okay, dann ordentlich verkackt. Oh, shit. Egal. Ja, egal. Es wird okay, du, 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 du vor. Oh. Oh, shit, anpossen. Okay. Oh Gott, jetzt haut der ihn noch nicht so blöd in die Luft. Der kommt vor. Der kommt wahrscheinlich sogar Mitte. Bist du da, Tim? Ja, zwei, zwei! Nein! Ich war so ein Zig... Oh Gott, oh Gott, okay, alles gut, alles gut. Einfach jetzt nur kein Tor kassieren. Nein! Schaffst du dich reißen? No, alter! Was war das? Guck dir das an! Ach du Scheiße! So, Miner, oh shit. Schöne Drehung gemacht, aber... Oh, da springt der und haut den unter die Latte. Egal 18. Okay, okay, der geht auf meinen Weg. Alles gut, alles gut, alles gut. Einfach voll rein. Vier Sekunden haben wir noch. Drei. Nein, nein! Oh, ich war noch dahinter. Terminkonau. Aber war ein gutes Match. Mal gucken, ob sie nochmal eine Runde wollen. Ah, natürlich geht der eine raus. Wobei ich glaube, es sucht neu, soweit ich weiß. Ja, es wird neu, wenn wir die machen. Ach du Scheiße, das war jetzt schon krass gegen mich. Ja, ich räume ein, dass ich da vielleicht einige Fehler gemacht habe in der Aufstellung. Beide Seite. Egal, das wird alles gut. Wir sind jetzt... Ich habe so einen Heiligenstein, ich habe sogar so einen YouTube Gaming Flaggen Ding. Das wird... Wenn es mal der einen suchen wird. Das war schon der... Ne. Mr. Bob. Hört sich schon mal vielversprechend an. Hört sich ganz vielversprechend an. Hört sich ganz vielversprechend an. Gehört, das ist ein Profi. Mal gucken. Wenn ich immer eins gegen eins spiele, werde ich einfach mal ausgetrickst. Weil dann fährt er teilweise vor, teilweise fährt er nicht vor und dann sehe ich das nicht. Und dann werde ich immer richtig abgelassen. Das ist auch ein bisschen random. Ja, das stimmt allerdings. Oh Gott. Oh. Oh shit. Ja. Oh oh. Oh, sehr schön. Ich versuche mal ranzukommen. Ah, nicht ganz. Egal. Oh. Ja genau, jetzt springt er in die Luft. Und da, dass es einfach zurückfliegt, fliegt erstmal 100 Meter in die Höhe. Oh, der war schön. Oh, Christoph. Oh, fuck's aus dem Zusammenspiel raus. Oh, Christoph. Gehen wir mal kurz den Booster an. Oh, lass mal, lass mal. Oh, viert, der war zu weit rechts. Den habe ich aber auch nicht. Scheiße. Ich habe nämlich meine enorme Kraft liegt unter Kontrolle. Ich habe meine titanischen Kräfte nicht unter Kontrolle. Ja. Oh Gott. Oh, 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 alles gut. Alles gut. Warte, bin ich ganz entspannt vorbeigesegelt. Kann man mal machen. Aber Christoph ist ja da. Er ist ja da. Der Keeper einfach. Er steht auf der Linie. Oh shit. Die Oldikan. Oh Gott. Ja. Ja. Gehst du ran. Sehr schön. Da gehe ich ran. Und der ist drin. Oh. Ja, perfekter. Erstmal selber komplimentieren. So. Guter Schuss. Und einfach selber danken. So muss das nämlich sein. So, ich gehe, oder? Ja. Geh mit Gott. Aber geh. Oh. Komm. Wenn der jetzt reingeht. Das wäre es. Oh. Ja. Der geht auch rein. Oh. Jawohl. Alter. Was war das schon für ein Anspiel? Was war das schon für ein Anspiel? Oh. Ich habe Kettel. Ditto. Jetzt geht es wieder. Tavis ist schon am Anfang mir das aufgefallen. Dass diese Leute haben die beide verlassen. Ne. Ne. Nur einer. Mr. Bob. Wow. Der Bob, der hat es nicht so drauf gehabt. Ja. Alter. Der andere ist irgendwie. Ne. Jetzt geht es jetzt wieder. Er ist wieder da. Wir können das immer noch verkacken. Ja. Der Toplorone steht nur rum. Der ist gerade eben gefahren. Ja. Okay. Jetzt haben sie beide gelebtet. Und zwei neue gejobbt. Aber wir haben wieder zwei neue. Das finde ich ziemlich gerne im Spielsystem. Oh. Nein. Nein. Einfach nach hinten. Boah. Da bin ich noch durch. So. Ich kann sogar die krassen Profitricks mit. Oh Gott. Wenn du fährst und fährst. Vorwärts halt das Marsch. Dass du dann auf diesen Rocket Speed innerhalb von drei Jumps kommst. Ohne Boost und so. Und so. Da kommen die harten. Ja. Ja. Egal. 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 Was John. Das war taktisch. Das war taktisch. Du dachtest du. Oh den mach ich. Dann guck dir alles schön ausgetrickst. Und drüber gelupft. Mit dem großen C. So wie es sein muss. So. Oh Gott. Oh shit. Okay. Wir sind einfach zu gut für dieses Spiel. Ich hab gehört. Da die Kale ist mehr. Ne ne. Es ist auch so. Also. Ich werde wahrscheinlich bestimmt auch 100 Hass Nachrichten bekommen von den Gegnern. Beziehungsweise. Wir sind einfach zu gut für diese Liga. Also. Wir sollten schon in die krasse ESL eigentlich. Mit dem. Oder? Ich weiß nicht. Es gibt ja tatsächlich schon ESL für Rocket League. Hast du dir da mal ein paar Spiele angeguckt? Ne. Ich glaub das ist richtig krass. Das ist sowas von krass. Also da ist halt wirklich so. Dass sie halt nur mit diesem Boost rumfliegen. Und nur so aus. Komplett aus den Luft Tore schießen. Ja. Das ist richtig krass. Es ist ja wie. Es gibt ja den einen Swimmer hier. Kronovi. Der spielt das relativ häufig. Und bei dem ist er auch. Pff. Das ist schon krass. Aber es ist halt schon. Ich hab da so ein one on one angeguckt. Und da würde ich einfach. Da brauchst du halt einfach. Keine Ahnung. Vier. 500 Stunden mindestens. Bis du das mal so annähern kannst. Ja. Ist wie bei jedem Spiel. Über Spielzeit läuft das halt. Ja. Aber da allein schon. Ja gut. Ich meine. An sich ist ja. Ein simples Spiel. So. Kann man immer mal sagen. Aber halt das einzuschätzen. Wann der Ball wohl. Und so. Da brauchst du halt echt Erfahrung. Ja. Ganz so simpel ist es halt doch nicht. Ja. Oh Gott. Timmy. Oh. Alles gut. Alles gut. Genau so geplant. Und geh mal so ein bisschen nach vorne. Oh. Sehr schön. Den hat er nicht mehr. Den hat er nicht mehr. Oh. Oh. Kommt der noch an. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Der springt. Der springt weg. Oh. Oh. Da bin ich nicht mehr rangekommen. Ja. Der hab ich zweimal verkackt. Scheiße. Ich konnte auch nicht rechnen. Dass der denn von ganz hinten. Versuche ich gerade noch so dran vorbei zu springen. So. Reaktionszeit so viel zu schwer. Oh man. Ja. Ja. Egal. Es gab ja auch bei diesem. Bei dem neuen Update sind ja auch ein paar neue Dinge reingekommen. Mh. Zwei neue Maps glaube ich. Äh. Die Maps sind cool. Also die sehen wirklich cool aus. Die. Die. Was. 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 Warte. ator. So. Mal gucken. Das. Was. dwell gewonnen. So amount die lanz. Du Gender. In der Luft zerpflückt. So, der kommt mit dir. Lass ihn mal noch. Lass ihn mal noch, lass ihn mal noch. Na, Timmy, ich sag nicht immer gut und lass ihn mal noch. Wenn du sagst, lass ihn mal noch, dann... Für mich hat es das mal ein Nimmig. Wie bei so einem Stier, wo man so ein rotes Tuch vorhin hält. Da muss er ihn einfach verwandeln. Da hat er einfach den Drang. Ja, nixmal muss ich mich noch treffen. In Zukunft sag ich einfach, ja, Timmy, den hast du ja. Und dann fällt er noch dran vorbei. Ja, war gut. Ja, der war nicht so gut. Shit, war auch von mir nicht gut. War nicht so gut. So was passiert, wenn meine Folge anfängt mit den Worten, ich werde mich jetzt mehr konzentrieren. Oh Gott. Oh Gott, was, wo, wie kommt denn der dahin? Machst du nach dem Spiel immer eine Folge? Ähm, warte mal. Ich kann die Folge danach, nachdem wir beenden. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch gewinnen. Vielleicht, oh Gott. Oh Gott, Timmy. Oh. Jawohl, doppelt hält, was soll. Einfach doppelt abgewehrt. So. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Oh shit, 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 shit. Können die mal von unserem Tor weg? Ja, das war schon die richtige Richtung. Der andere kommt dann wieder von hinten. Die haben sich gut aufgeteilt. Eigentlich stehen die beide hier. Ja, aber der andere ist immer so ein paar... Oh Gott. Auf geht's jetzt. Ein paar Meter nach hinten, der ist drin. Shit. Ich wollte was sagen, hoffentlich ist noch einer... Nein, der war genug. Ja, was für ein Glück. Ja, bestimmt. Was für ein Glück. Der wollte sein Teammate einfach nur wegboxen, um ihn zu ärgern. Und dabei hatte er zufällig einen reingemacht. Geil. Vorhin sind sie auch in Führung gegangen und dann gab's die Aufholjagd. So läuft das jetzt auch wieder. Und nach der Aufholjagd gab's dann... Wir geben ihm erst ein sicheres Gefühl und dann stechen wir mit dem Messer ins Herz. So ungefähr läuft das bei uns. Oh, oh, oh. Ist unser Team-Motto. Ja. Oh, schade. Er war ein bisschen stark vielleicht. Ja. War auch vom Winkel nicht ganz so optimal. Zum Treffen. Oh Gott. Der war ja eher für die Mitte gedacht. Ja, wenn er ihn nicht hat, dann hab ich ihn. Ja, der geht zoweit rechts. Okay, ob jetzt... Dann halt nochmal. Oh, jetzt wurde ich angestoßen. Oh Gott. Ich glaub den jetzt nicht selber reinlachen. Ja, der kommt gut. Ja, aber da hat er. Den hat er. Den hat er sicher. Wohin kommt der denn angeflogen? Einfach noch den Fallrückzieher. Den obligatorischen Fallrückzieher wegnehmen. Jetzt macht der den. Ach Gott, ich wollt grad sagen. Aber dahin steht er. So wie es sein muss. So, warte den. Ah, der andere kommt gleich wieder angerast. Ich seh's fort. Da ist er. Lol. Alter. Was geht denn jetzt ab? Okay. Zwei Minuten nach. Zweieinhalb. Alles gut. Wartung. Da komm ich angerast. Oh, drück der mich noch weg. Das Schwein. Ja, kein Problem. Auf geht's. Er dribbelt zum Tor. Er dribbelt. Jawoll. Oh. Ganze Abwehr. Vernascht. Rahm im Hintergrund. Rahm müsste schießen. Rahm schießt ihn. Kommt vor. Nee. Er macht so. Da kam er schon wieder angefangen. Ich weiß es ganz genau. Der ist auf die Tore aus. Der möchte sie alle abschnitten. Ich hab's mir überlegt, ob ich jetzt da noch so reingrätschen soll und hab gedacht, nee, lass ihm sein. Lass ihm sein. Lass ihm sein Moment. Ja, schon. So. Ja, der kommt gut. Ja, wobei, der kriegt ihn nicht mehr. Oh, schade, schade. Alles nur mal so. Oh, ich bleib mal ein bisschen hinten. Ja, da hätt ich früher boosten müssen. Oh, hoppala. Tauchen die doch. Kein Problem. Oh Gott. Vielleicht doch. Boah, das war halt schlecht von allen vier Beteiligten. Ja. Ah, hat er noch boost gehabt. Das war schön. Da kommt er eingeflogen. Und der macht ihn. Oh. Wunderschöne Vorlage. Oh, mein Gott. Wunderschön. Ja, komm. Genut, wäre ich auch direkt an deiner Heckstoßschale gewesen. Falls du's verkackst, wärst du dann direkt. Du musst Backup hinten, so muss das sein. Oh, schöner Schuss. Schöner Schuss. Ja, das ist einfach, das ist einfach die überlegende Erfahrung. Das ist auch nicht Glück, das ist einfach Erfahrung und... Nein, nein, das war kein Glück, das war alles. Das ist geplant. Du hast die Spieler jetzt in der Zeit anonymisiert in diesen zwei Matches. Und weißt jetzt genau, was er vorhat. So. Boost ist voll aufgetankt. Ja, hol ich mir den? Hol ich mir den? Ja, den hol ich mir. Zack. In den Winkel. Oh, nee. Egal. Das war der Versuch. Nachschuss. Rauchschritt. Ja, ja. Den hol ich mir. Jawoll. Ich hab noch nie im Beißen Tor geschossen. Da wollte ich ihn mir noch absnacken. Ich hab's leider nicht geschafft. Oh, der war... Oh, der war schön. Ja, der würde ich auch aufgeben. Was ist da los? Ja, noch sowas würde ich auch aufgeben. Du hättest ihn nicht so demütigen müssen. Also warte, ich geh mal hier ins Hauptmenü zurück. Mir leid. Ja. Krass, das scheiße. Ja, das hast du einfach auch übertrieben mal wieder. Wir sind... So wie im letzten Match da. Das tut mir leid. Haben wir uns einfach so in den Boden gestompt. Das war einfach zu hart. Ach du Scheiße. Aber... Achso, in dem Fall machst du jetzt erstmal, äh... Cut? Ja. So, wir sind zwei Matches gewonnen. Und eins unverdient verloren. Ne, zwei verloren? Ich weiß gar nicht. Ganz unverdient verloren. Auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall die Besten. Das ist so das Fazit. Also... Ich würde jetzt noch nicht diese Maxime von die Besten benutzen. Aber... Sicher arbeiten uns in die Richtigen. Eine. Eine der Besten. Ne, egal. Auf jeden Fall. Ich hoffe es hat euch gefallen. Jetzt war mal eine Folge mit Timmy. War hoffentlich ganz cool. Fand ich zumindest. War auf jeden Fall spannend. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin Leute. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.